willkommen zusammen zu einer neuen folge vom projekt real life landwirtschaft ja wir müssen mal wieder einiges besprechen am anfang ich hoffe das dauert nicht zu lange weil ja ihr wünscht euch natürlich möglichst viele fotos und die bekommt natürlich auch das heißt wir hängen sozusagen jetzt ein bisschen zeit dran bzw nach wie auch immer und ihr habt sehr viel feedback zum letzten video geschrieben und da möchte ich ein bisschen darauf eingehen in erster linie möchte mich erstmal für das ganze feedback bedanken das war echt super konstruktiv ein bisschen kritik war drin was man noch besser machen kann aber das habe ich ja gesagt das möchten wir haben und das möchte ich ein bisschen aufgreifen unter anderem halt die geschichte ja man macht wer letzten video war machst du ein video und es kamen vorschlag von euch ihr könnt euch ja mal abwechseln coole idee auf jeden fall problem aber und dass wir das manchmal nicht einmal gebacken bekommen weil manchmal habe ich mehr zeit manchmal wer mehr zeit und momentan habe ich gerade zeit und dann mache ich das halte und wer da kommt man sich um die anderen projekte und deswegen machen wir das jetzt so okay nächstes ding ist die videos kommentieren in der regel auch eine coole idee allerdings wollen wir das projekt halt ein bisschen anders machen als diese gaming videos ist halt ein anderes projekt wir möchten das halt mit musik unterlegen am anfang ein bisschen plaudern vielleicht auch am ende jetzt glaube ich am anfang und genau das heißt wir möchten ganz gerne dieses hier weiter fortführen das heißt ein bisschen plaudern am anfang nicht über die fotos und dann kommen aber musik und die fotos und zum schluss ein video und dann wollen wir weiter sehen natürlich wir werden weiterhin euer feedback beobachten was ihr dazu sagt aber in erster linie wollten wir das eigentlich so ganz gerne machen nächster punkt habe ich mir aufgeschrieben e mail adresse wir haben jetzt eine e mail adresse eingerichtet und zwar der leo nämlich lautet die community at bernie-gamers.de da haben wir auch schon einige fotos bekommen vielen dank dafür und natürlich auch videos also generell das heißt instagram e mail facebook und so weiter und so fort wir kommen nicht mehr nach euch zu antworten wir laden die videos runter die fotos runter und so weiter und so fort und probieren euch natürlich eben danke zu sagen kein problem und wie gesagt wir versuchen in der regel ein video pro woche zu veröffentlichen wenn ihr denn genug fotos und videos einschickt also macht weiter so und das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen gut dann haben werden wir jetzt ab sofort die titel der musik der verwendeten musik in die kommentare beziehungsweise in der video beschreibung in der video beschreibung werden sie stehen ähm weil es kamen einige äh fragen dazu ähm unter dem letzten video und deswegen haben wir uns dazu entschieden musik ist in der regel bei mir von epidemic sound weil wir da einfach eine gute kooperation mit unserem netzwerk gefunden haben beziehungsweise uns diesen zugang dazu gegeben haben das ist eigentlich ganz cool müsst ihr mal schauen ob ihr die auch runterladen könnt und ähm ja gut nach meiner langen plauderei schreibt mal gerne in die kommentare welcher traktor welcher miedrescher oder was auch immer euch am besten gefallen hat natürlich erst das video zu ende schauen und dann kommentieren weil das eine oder andere coole bild könnt ihr jetzt am ende kommen oder vielleicht das video sogar wer weiß viel spaß und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Baby, while we're young While we're young Oh, 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 oh Baby, while we're young Oh, 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 oh While we're young Baby, while we're young Oh, 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 oh Baby, while we're young I'm biding my time I hope that it ain't so I'm facing the truth The eye of the needle And even if we're not solving this riddle There's no taking back All the things that we've done There's a lot that we did wrong Looking back on all of the shit we've done I cannot believe that it's been so long That we're in the eye of the needle That we're in the eye of the needle When you don't like or love me I breathe it all out and I breathe in When there is no way back in Then we are the eye of the needle I breathe it all out and I breathe in We are the eye of the needle I'm biding my time I know the way this goes I try to stand tall With nothing to lean on All quiet and still An echo that goes on And I'm not taking back All the deeds that I've done There's a lot that we did wrong Looking back on all of the shit we've done I cannot believe that it's been so long That we're in the eye of the needle When you don't like or love me I breathe it all out and I breathe in When there is no way back in And we are the eye of the needle I breathe it all out and I breathe in We are the eye of the needle I breathe it all out and I breathe in When we're in the eye of the needle So breathe it all out and I breathe in Cause we're in the eye of the needle When we're in the eye of the needle So breathe it all out and I breathe in We are the eye of the needle When you don't like or love me Then I'll face the eye of the needle I breathe it all out and I breathe it We are the eye of the needle We are the eye of the needle I breathe it all out and I breathe it I breathe it all out and I breathe it Breathe it all out We are the eye of the needle Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018